Grüß dich, Jogi. Dein 500. Bundesligaspiel. Was für eine sensationelle Quote. Alles, alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu dieser sensationellen Zahl und wahrscheinlich immer noch so beweglich und so drahtig wie mit 18. Ich freue mich, dich irgendwann mal wieder spielen zu sehen. Ich hoffe, ich komme bald mal wieder vorbei. Ich wünsche dir alles, alles Gute und auf die nächsten 500. Sag mal, Jogi, alte Felge, so alt bist du doch noch gar nicht. 500. Bundesligaspiel und da waren bestimmt zwei, drei ganz Gute dabei. 250 gehen noch oben drauf. Ich drück dich. Lieber Jogi, so ein 500. Bundesligaspiel. Alles, alles Gute. Herzlich Willkommen im Klub. Ich bin sehr begeistert, wie du das Jahr nach Jahr machst und weiterhin alles Gute, bleib gesund und halt noch mehr Welle. Moin Jogi, Robin hier aus dem schönen Hamburg. Ja, 500 Bundesligaspieler, habe ich gehört, hast du Ball auf dem Buckel und dafür von mir Gratulation. Das ist eine enorme Zahl. Ich glaube, die werde ich wahrscheinlich nicht mehr ganz knacken können. Bleib weiter gesund, hab viel Spaß. Leider hat unser Torwarttraining damals ja nicht geklappt, weil es bei euch auf einmal, wie soll man sagen, zu Ende war. Ich hoffe, du hast deine neue sportliche Heimat gefunden, fühlst dich wohl und ich drück weiter die Daumen. Viel Erfolg, bleib gesund und beste Grüße aus Hamburg. Ja, Jogi, herzlichen Glückwunsch zu deinem 500. Bundesligaspiel. Davon bin ich hier bei Sport im Dritten noch weit entfernt. Ich habe vielleicht erst 60 Sendungen. Ich hoffe, dass du auf dem Weg zur 500 hier noch ein paar Mal vorbeikommst und dich dann auch wieder hier an der Dartscheibe beweist. Da gehörst du ja eigentlich zum Club der Besten. Hast immer bei den letzten Besuch ein bisschen geschwächelt. Die Konkurrenz zieht langsam davon. Also trainier ein bisschen, komm hier mal wieder her und dir alles Gute zum 500. Lieber Jogi, 500 Bundesligaspiele ist natürlich eine absolute Hausnummer. Ich hätte jetzt fast gesagt, wahrscheinlich die meisten ohne Gegentor, aber es ist bei euch ein bisschen schwieriger. 500 Spiele. Hut ab. Herzlichen Glückwunsch, Jogi. Das ist eine überragende Leistung, 500 Handball-Bundesligaspiele zu machen, Weltmeister zu werden. Ich glaube, das wird dir immer in Erinnerung bleiben und ich hoffe, du machst noch viele weitere Spiele. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und wir sehen uns in Stuttgart. Herzlichen Glückwunsch. Ciao. Der Mann mit den Storchenbeinen streitet sein 500. Bundesligaspiel. Wahnsinn. Joachim, bitte. Äh, Jogi, bitte. Wird ab und zu auch Joachim genannt. Ja, Respekt zu den Leistungen. Hast dich immer wieder zurückgekämpft von verschiedenen Verletzungen und immer wieder zu überragenden Leistungen. Dich gepusht auf die nächsten 500 Bundesligaspiele. Du bist ja Torhüter, du kannst ja ein bisschen länger als alle anderen. Deswegen drücke ich dir die Daumen. Aber erst mal Glückwunsch zu dieser Leistung bisher und habe mich gefreut, immer mit dir gemeinsam auf der Platte zu stehen. Hallo, Jogi. 500. Spiel. Sensationell. Herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht ist auch heute der Moment da, wo du dich mal noch dran zurückgehend hast, wie war das eigentlich beim ersten Spiel? Auf jeden Fall hast du ganz, ganz viel erlebt. Viele Höhen, einige Tiefen, einige schmerzhafte Erinnerungen sicherlich. Aber unterm Strich kann man nur ganz, ganz herzlich gratulieren. Das schaffen nicht viele. Und du hast es jetzt geschafft. Und dazu aller herzlichen Glückwunsch. Ja, Jogi, Mensch. 500 Spiele. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich gedacht, du hättest schon viel, viel mehr. Nee, Spaß beiseite. Ist natürlich eine Riesensache. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du machst noch viele, viele mehr. Und natürlich vor allem im Dress vom TVB. 500 Bundesliga-Spiele. Wahnsinn. Gratulation zu der Leistung. Und wir sind gespannt, wie viele noch dazukommen. Ey, Jogi, herzlichen Glückwunsch zum 500. Bundesliga-Spiel. 119. Und du bist alleiniger Rekordhalter in der Liga. Wir zählen auf dich. Und Jogi, vergiss nie. Jogi, bitte. Das bist du schuld. Ja, Mensch, Jogi, da haben dir ja einige alles Gute zu deinem 500. Spiel gewünscht. Ja, das war eine tolle Aufgabe, die wir da hatten. Und vielen Dank auch an die Geschäftsstelle vom TVB, die auch RegioTV dabei unterstützt hat, dass wir das alles zusammenschneiden konnten. Auf jeden Fall. 500 Spiele. Der absolute Wahnsinn. Und wir sagen, ja, halt den Kasten noch einige Male richtig schön sauber. Und darauf trinken wir jetzt einen Enzinger Sport. Und auf die nächsten 500 Flüge. Mach's gut.